so also wir haben in der letzten folge haben wir ja diese 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 wölbungen gemacht diese wölbungen in diese hier und da habe ich in der letzten folge vergessen wir müssen die verlängern das heißt jetzt hier auf der anderen seite habt ihr die auch gemacht und dann müsst er die verlängern das heißt jetzt hier so zack da entlang so entlang bis dahinten hin und das hier auch genauso wie das hier gemacht haben mit den rundungen dann einmal hier bis zum ende da klatscht auf der anderen seite so wenn wir das gemacht haben dann gehen wir nach vorne dann sieht das so aus komplett durch den tunnel hier ist ein tunnel und dann ist hier in der mitte richtig frei und da machen wir erst mal stein segel rein zack das wird mit stein segel zugemacht so zack fertig so auf der anderen seite auch und dann ist hier der nächste tunnel da muss ich ja auch das erst noch ausbauen und dann wird das der rest einfach nur mit stein segel zugemacht ich habe natürlich kein foto von den garten ganz genau weil es gibt eins da sind auch geschäfte drin da weiß ich nicht ob das auf der seite ist auf die andere seite das sind verschiedene seiten ich möchte sie auch nicht zu sehr detailgetreu bauen aber ich weiß ja dass dieser tunnel da ist dass eine treppe kommt dann noch hoch und ich weiß nicht ob hier läden sind also das foto habe ich nicht mehr das finde ich nirgendswo wenn man landern tower bridge eingibt bei google dann sieht man immer nur diese perspektive das ist glaube ich das highlight hier garten und garten und park und so sieht man immer nur so dieses stückchen baue ich weiß man so ungefähr so bis hierhin so auf jeden fall geht es jetzt weiter also wir haben das jetzt hier ausgebaut das hier ausgebaut dann sieht das so aus so dann gehen wir hier auf der anderen seite und werden jetzt hier hochgehen hier macht das glaube ich noch nicht das ist so gebaut das so gebaut das wird zugebaut bis hier hin alles klar das ist super ja ok und dann müssen wir jetzt hier auf diese seite dann nehmen wir gar nicht erst mal diesen stein dann gehen wir von dieser ecke aus der seite die ecke außen ecke außenwand 1 2 3 4 5 6 steine sechs stück nach vorne und dann macht der diagonal ein loch ein zack und dann macht er drei stück daraus und dann 1 2 3 4 5 6 7 dann wie das rausgebaut zack das auch und dann sieht das so aus ein loch dann kann das jetzt mal kommt erstmal wieder weg so muss das sein ok der verstanden dann war mit sieben ein loch allerdings gemacht 1 2 3 4 5 6 7 genau 7 breit so wenn das gemacht habt dann machen wir hier mit steinchen das haben wir vorgebaut dann gehen wir mit den stein hier runter das heißt jetzt immer so weit dass wir jetzt hier hier ein stein hin machen sowie die stufe zack und dann kommt der nächste dahin klatsch der nächste der nächste der nächste der nächste dann aber 1 2 3 4 5 6 stufen von hier gezählt 1 2 3 4 5 6 und dann haben wir hier unten drunter hier 6 und dann hier einmal hier runter ein bodest mit drei breit genauso breit wie die brette treppe ist und so sieht das dann aus das bodest bis dahin so wenn wir es gebaut haben dann gehen wir schon mal nach hier oben hin neben steinziegeltreppe und machen die hier hin so das sind da das ist das was ich soweit sehr erkennen kann noch von weiten ein bisschen nahaufnahme so zack 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 ist eine treppe nach oben die ist dann hier und dann kommt an der seite kommt dann noch geht dahin schlag und hier zack so hier rum und hier rum so dann kommen die da raus und dann können sie darum latschen also dann geht es weiter dann aber dass das 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 gebaut so sieht das bodet aus dann nehmen wir sofort wieder stein machen hier eine mauer hin komplett zack das muss erstmal abgegrenzt werden und dann bauen wir das innen drin noch ein bisschen aus hoffe ich dass ich heute auch genug bau und material wieder für euch bekomme dass ihr wieder was richtig lang bauen könnt ich will dass ihr spaß daran habt so ausgebaut so dann haben wir das dass das so sieht das aus und jetzt machen wir jetzt kommt folgendes jetzt nehmen wir einen stein heraus dieses genau ein stein nehmen jetzt hier weg so wie es der pfeiler so breit dann nehmen wir hier ein dann zweier und dann hier zack 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 zwei der einer und der pfeiler so auf der anderen seite macht es auch gleich damit ihr genau seht wie das aussehen soll hier natürlich zu mit dem stein heraus geflogen dann wieder hier raus zwei klatsch klatsch klutsch so da den und wieder runter so dann sieht das so aus ne hier dieser eine pfeiler wo muss es aussehen gut da muss ich noch verlängern so muss aussehen so dann sieht das jetzt so aus dann machen wir folgendes jetzt wir gehen wieder hier rein und hier können wir schon mal wissen alles klar hier ist schon mal eine wand das heißt hier können wir schon mal zu machen komplett so damit nur das stückchen von der treppe zu sehen ist also hier ist die treppe hier müssen wir einmal rumgehen nochmal das machen wir jetzt einfach alles zu dass man das nicht mehr sieht was hinten ist hier vorne zu so und dann haben wir jetzt hier ausgebaut hier mache ich den letzten schliff noch eben noch hier das ausbauen so und so und das so dann haben wir dies dann gehen wir hier runter da 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 ach so und dann müssen wir jetzt natürlich das bodest geht jetzt weiter so so dann nehmen wir auch 1 2 3 4 und der rest wird auch wieder der mauer das heißt jetzt hier zu hier auch komplett so entlang und dann einmal komplett so weit zu machen dass wir jetzt hier nur noch dieses stückchen bis hier zack so so zu machen so das können wir gleich machen alles hier zu machen so dann haben wir hier einen schon mal einen tunnel der nach oben geht das mache ich später zu ne das alles komplett so machen so dann machen wir jetzt hier den lassen wir frei dann hier zwei raus schlagen dreimal zack zack und dann haben wir hier eine tür dann nehmen wir einmal hier steinziegel machen hier den weg da eine treppe hin zack haben wir dann da vorne noch eine treppe so runter so runter dann nehmen wir wieder hier unseren stein hier drunter machen ein bodest wir können eigentlich auch ne wir lassen zweier besser so bodest und noch ein bodest und dann kommt wieder der stein nach unten das heißt jetzt hier 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 und dann sind wir unten angekommen dann ist da so ein treppchen was nach oben geht das müsste aber das treppchen müsste ganz da dran sein was am gebäude das ist passt ja nicht so dann müsste das hier müssten wir bisschen höher bauen oder gucken welchen stein ich nehme den stein so und dann muss das hier auch verbunden werden bis da machen wir mal hier auch da bis hier bis dort bis da so dann haben wir jetzt hier ich sehe das nur vom weiten immer dann machen wir einen höher noch da ist so eine schräge drin okay so das müsst ihr selber jetzt ein bisschen rumwurschteln so ich muss jetzt erstmal gucken was ist jetzt hier wo ist das ding das hier der kommt dann oben drauf so zack der entlang der 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 so dann haben wir hier so einen eingang seht ihr ja ne habe ich das gut erklärt oder was und dann geht er nach oben und dann sind wir oben auf der brücke ich gehe wieder runter die lebt die lebt und die lebt so das war ja eigentlich müsste einfach nur hier die treppe machen wie ich das auch gerade erklärt habe so runter und dann ist das ja einfach nur erklärt 1 2 3 4 stück nach da dann einer dann 1 2 1 2 und dann 1 2 3 und auf der anderen seite das gleiche 1 2 3 4 1 2 3 ne das wird super erklärt so so das haben wir schon mal das haben wir schon mal dann machen wir jetzt hier noch eine einen bogen rein hier noch einen bogen rein dann sieht das so aus und wenn er noch durch ja wo ist das so hoch ne das passt ja noch yay okay dann haben wir das und das das auf der anderen seite macht er das gleiche auch so dann haben wir diesen eingang schon mal diesen eingangsbereich und dann weiß ich nicht was hier jetzt kommt ja noch da er kommt ja noch eine kleine straße und so hin der gehweg das foto habe ich ja noch davon okay das baue ich dann noch so dann haben wir das und das und das das müsst ihr bauen das müsst ihr ausbauen das haben wir das haben wir das haben wir so hier sind wir jetzt geht es weiter das heißt jetzt hier seht ihr in der mitte dieses türmchens gehen wir jetzt an der außenseite hier ich gehe jetzt außen hin auf der anderen seite außen habe ich das nämlich schon gemacht und das baut ihr jetzt hier genau das gleiche hin das hier ne da ist der kleine turm hier gehen wir vorne hin in die brücke hinein und genau das bauen wir jetzt hier das bedeutet wir nehmen eine blaue wolle blau und machen das hier komplett in blau das heißt jetzt dieser streifen kommt komplett in blau zack bis hier oben hin da wo dieser einer ist komplett in blau einmal runter und nach oben ziehen und die so damit haben wir dann von der ecke eins zwei drei ne zack drei stück dann nehmen wir stein und machen zwei stück hier hin eins zwei dann machen wir hier voll patsch das so aussieht dann nehmen wir vier stück eins zwei drei vier auf der seite auch vier stück und dann müssen wir hier so vier stück bis hier hin und dann machen wir jetzt hier nochmal bis oben hin den voll das voll dann sieht das so aus so dann haben wir jetzt so einen klotz vier stück überall so ein klötchen dann nehmen wir nochmal stein ne jetzt müssen wir erstmal dings nehmen hier wer ist das steinstufe eins zwei steinstufe rein zack einmal komplett einmal rum so und so dann sieht das so aus dann müssen wir hier ein rein schlagen stufe rein bauen patsch patsch und dann hier kommt noch ein stein drum herum patsch so rum und dann machen wir in die richtung die richtung die richtung dann sieht das so aus so dann haben wir das so gebaut jetzt müssen wir einfach in die richtung also jetzt den stein so rum ne so rum warte mal den mach mal anders ich mach jetzt einmal hier den ganzen hin dort den ganzen hin und dann mach ich den andersrum hier rein der muss so rum rum gehen okay dann so rum zack dann kann das wieder weg dann haben wir das so dann sieht das so aus und dann müssen wir in diese richtung gehen da ein hin nein so nach vorne hier hin und den davor pow nein runden patsch so dann sieht das so aus dann da müssen wir hin genau so dann wird das hier verlängert das heißt hier zack zack so wie wir es gebaut haben und hier unten drunter auch zack so sieht das dann aus und dann haben wir dieses so und dann müssen wir einfach nur wenn wir das hier soweit gebaut haben dann nehmen wir diesen stein und hämmern den hier bis oben hin einmal durch zack so entlang dann haben wir dieses muster dann gehen wir hier vorne hin dann so sieht das jetzt aus dann haben wir das soweit gebaut jetzt müssen wir einfach nur den Dings nehmen wer ist das oh hier ist ja weiß in drinnen da ist anderes nicht weiß das erkennt man gar nicht habe ich das hier auch gemacht ja das ist alles beides da habe ich alles in weiß gemacht warte mal da habe ich den oben gemacht ok ok ich weiß was ich gemacht habe ok so jetzt hier ein Stein hin dort ein Stein hin dann sieht das so aus und dann nehmen wir jetzt einmal eine Treppe und hauen die jetzt hier hin und hier hin da verbindet sich das komplett dann nehmen wir eine Bruchsteintreppe und dann kommt die da drunter das heißt jetzt der wird weggeschlagen der wird weggeschlagen Bruchsteintreppe dann haben wir das maß und dann wird das hier rausgeschlagen dann kommen wir natürlich auf der anderen Seite was natürlich dann egal ist weil die hier fake Sachen gebaut werden das bedeutet 1 2 3 4 1 2 3 4 Bordyren 4 Stück 1 2 3 4 und die fünfte vorne hin so zack dann kommt dann natürlich hier Treppe hin das heißt jetzt hier müssen wir das ausbauen nochmal mit diesen Stein hier Stein dort Stein dann haben wir ja hier diese Bordyre gemacht und dann kommt hier einmal bis unten hin und dann den bis oben hin aber dann nehmen wir da wieder Steine 1 2 so sieht das dann aus da oben habe ich es so gemacht und das ist dann normale Steine so sieht so aus super ne dann nehmen wir Treppchen achso dann müssen wir noch einmal hier Stein nehmen und einmal nochmal hier hinhauen zack einen hinhauen dann nehmen wir hier Stufe und dann kommt die Stufe nochmal da drauf so muss das aussehen und dann nehmen wir einmal hier Treppe machen dort die erste hin dann müssen wir mal gucken an der Seite die zweite die dritte ja dritte das reicht mehr haben wir nicht so dann nehmen wir jetzt hier wieder dann müssen wir es genau so bauen wie wir es jetzt gerade gebaut haben das heißt jetzt hier Bordyre hier unten rein so dann haben wir hier Steinchen Steinchen Bordyre und dann müssen wir jetzt genau hier wo die Treppe aufhört da kommt jetzt die Tür hin dann nehmen wir jetzt die Schickimicki Tür die ist die Schickimicki Tür die kommt dann da hin patsch und dann müssen wir das hier noch ausbauen das heißt jetzt hier noch einen Stein hin schlack und dann hier oben drüber da haben wir ja dieses Muster genommen so genau dann kann ich auch den Stein nehmen ich wollte jetzt diesen Stein nehmen wir hier drunter so muss das dann aussehen dass das hier der Eingang ist also da ist jetzt da kann man ich weiß nicht wo man da hingehen kann ich hab das jetzt das ist ja fake das ist ja hier nicht ausgebaut das ist ja einfach nur fake hä war die Klinke jetzt nicht woanders komisch so dann haben wir das dass das so aussieht dieser Eingang und der Eingang okay sieht beides gleich aus hab ja alles richtig gebaut muss nochmal gucken abchecken her 1,2 was hab ich hier gemacht 1,2 passt alles super yeah blub 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 so dann baut ihr das auf der Seite da seht ihr ja ihr seht ihr ja hier ist der Tour hier fahren wir vorne hin da baut ihr das dann fahren wir auf diese Seite da macht ihr es nicht ne da macht ihr es nicht dann fahren wir auf diese Seite das machen wir später auf diese Seite zack da ist es wieder mit der Treppe und dies und das dann wisst ihr ja das baut er das baut er jetzt machen wir hier hinten noch ne kleine Feinheit mit dem Quarzblock das bauen wir auch noch da hab ich später nicht so viel zu tun den freilassen da einen hin da einen hin freilassen da immer freilassen dahin baue ich jetzt eben schnell dahin tschak bumm flutsch fertig passt wie Arsch auf einmal an das hat man noch nicht erwartet von mir dann kommt natürlich hier überall ein Treppchen verkehrt da rein putsch fertig so jetzt muss ich gucken welche Seite habe ich genommen die Seite das heißt jetzt hier seht ihr ja erster Pfeiler zweiter blau zwei Stück erster zweiter blau so dann machen wir jetzt hier 1 2 3 4 5 dann kommt hier lässt mal frei ziehen nach unten ziehen nach unten dann sieht das so aus und dann brauchen wir ja nur einfach nur hier 1 2 dann ziehen wir den nach unten den Ecke raus die Ecke raus den raus und fertig guck ich nochmal ob das richtig drauf sieht yes er sieht so aus so nochmal 1 2 3 4 5 freilassen runterziehen freilassen runterziehen hä so zack zack so dann 1 2 den raus den raus fertig achja und den auch noch und den da oben hin so muss es aussehen tadaaa ok habt ihr verstanden ja ne ist ja nicht so schwer so sieht das aus ok so das ist aber nur auf diese Seite und auf diese Seite und auf diese Seite das heißt wir sind hier in den inneren Bereich so der da hin dort kommt das blaue hin mehr nicht ist genauso wie auf der anderen Seite wie wir gerade gebaut haben diese Richtung diese beiden Dinger hier hin mit Tür und auf der anderen Seite das auch so dann haben wir genug wieder was zu basteln ihr habt genug zu tun und ich muss dann auch wieder was bauen hier das habe ich auch auf der anderen Seite schon fertig aber es ist egal so das war es wieder von mir und wir sind wieder bei Play Sample Dices habe ich schon gebaut aber das kommt ja in der nächsten Folge so viel Spaß und wir sehen uns wieder